so mit dem knie sprechen hallo darf ich bitte genau, jetzt ging noch ein trampler da habe ich glaube ich über nachgedacht Panzerwandererherz xoxa, Entschuldigung aufgabe existiert ach wie schön ein mann namens nassan kam zu mir wir trafen eine vereinbarung ich bin überzeugt sie wird vielen in sonnenfall nützen alles durch ein gestohlenes schwert man sagt ja folge dem schatten und du findest eine flamme ab und von dem unsinn gehört aber wird schon von der redest der stift fälligkeitspunkt und diese anderen jagdgebiete noch machen panzerwandererherz wo finde ich denn sowas lustiges sind dagegen kein panzerwanderer oder war das hier los seid ihr denn drauf vielleicht bin ich auch nur blind da unten plus langweil ist das bescheuerte kommen ich muss noch die buchtstätte geben warum ist denn da noch ein haken drin ich würde gleich mal hingehen verstehe ich jetzt gerade nicht ich habe das noch abgeschlossen steht extra dabei hier laufen panzerwanderer das ist vielleicht ein bisschen angenehmer in der nähe nur wächter gut da oben ist der kanal könnte sehr gezahnt sein aber muss man sich ja nicht so mit muss man sich ja nicht unbedingt mit anlegen die und dafür ja egal da gibt es noch wirklich warum ach so da war eine aufgabe von der trulle ja gut kann euch nicht hingehen gucken was er ist und danach dann beinahe wir reden erst mit dem knick gehen erst dahin und dann zurück man weiß nie so recht entgegenkommt oder wohin mich das noch führt vielmehr okay dann erst mal abschächer dort in panzerwanderer machen wir gleich versuchen wir gleich machen ist dann wieder ganz anderes aber ich hatte doch nicht mit dem gerät nachdem das erledigt wird jetzt ein bisschen verliert ja 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 Was ist denn da los, was geht denn hier für'n Film? Sturmvogel. Hör mal die Leute in Ruhe. Ich bin halt vor allem mal still. Ich freu jetzt nicht mal da liegen, sagt er. Leute, habt ihr nichts fest zu tun, euch so was anzulegen? Fertig. Nein, jetzt komm ich nicht zu ihm rauf. Ich bin halt vor allem. Ich bin halt vor allem. Ja, zum Einstellen hab ich gerade nichts hier, schade. Oh no. Oh no. Ich bin halt vor allem. 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 Holgerübe. Hör mal. Hör mal. Fuck ohje Bude. Untertitelung des ZDF, 2020 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 warum funktionierte mein kritischer schlag nicht das spiel einfach mal wieder keinen bock hat technischen gründen hat angegriffen lege ihn um krieg ja doch was gebacken die reagieren sogar auf feuer das ist ihnen völlig wurscht jetzt haben die den gekillt sprich meine erfahrungspunkte gehen hier flirten der ist noch nicht fertig wow zummerende bevelen da mal jonge okay das war alles mal so gar nicht geplant ich wollte euch nur einen trampler platt warum das scheiß herbst zu kommen weiß ich was ganz gut war dass ich unsere karte jäger hier eingemischt haben und blieb nicht alles an mir hängen ob sie sechs gegner die auf mich gehen man fragt sich nur jetzt keine so verkacktes herz ist vielleicht jetzt nur in einem ganz bestimmten anderen gebiet haben darf zu viel doch schweine ja ja ich will da dran da liegt doch was ach so ja geil also alles umsonst keine hinterlässt das herz muss ich echt extra da hinten für hingehen um das zu bekommen unverschämt trample ist trampler leute nicht so ich hab da noch einen auftrag zu erledigen können wir doch alle mal müsste meine neue beste freundin irgendwo rummungern so 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 Schauen wir mal. das wird auch langsam zeit da kommen noch mehr grau habe ich da hat geworfen ich nehme an dass die platt machen sollen bei den schönen schuss gesehen und der kritische schlag geht wieder nicht es kann nicht wahr sein ist zu viel wieder nicht ich habe doch nicht da oben Schale, du bist immer zu spüren. Schale, du bist immer zufrieden, weil ich immer so toll bin. Warte, warte mal aufhören, ihr Schweiner. Was hat dieser Idiot erwartet? Mensch Obstura, du bist ja wieder Meisterschütze heute. Mein lieber Herr Gesangstheim. Oh, Obstura, das kann doch nicht wahr sein. Der Schuss ist für dich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Habe ich irgendwas verpasst hier oder was ist los, Leute? Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenbach bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Es scheint, sie kommen vom Fluss aufwärts. Ich könnte nach dem Ursprung suchen, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Was ist das? Du hast recht. Und jetzt kommt noch was in meinem Medizinmörtel. So geil ist das nicht. Und jetzt kommt nochmal auf. Also geht das durch. Ja, ich bin Vorsicht. Ich bin Vorsicht. warum ist er wieder ein langer netz und da gibt es grau habe ich dir mehr grau habe ich dir ich bin gar nichts fest und wenn hier schon ist ausgeschlachtet Schnappmaul überall schnappmaulkadaver kein wunder dass die grau habe ich dir hierher wollten die immer das getan hat muss bei den unterständen spuren in der anfänger hinterlassen deutliche spuren schnappmaul leichenlager man sagen rohstoffe für mich eben controller einen akku hängen und auf jeden Fall ins ladekabel schnappmaul leichenlager ... ... ... Ich bin Fl room Schnappmauljäger sein. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabicht-Problem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren. Das Haus! Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Ich sag's mal ganz deutlich. Hört auf, nur für ein Teil Maschinen abzuschlachten und die Reste einfach liegen zu lassen. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich. Kommt nicht in Frage. Also verschwinde. Es scheint, als kommen wir nicht weiter. Dann komm her. Na dann los. Keine Zeit. Bei solchen Leuten habe ich gar keinen Bock auf Kompromisse. Weil, können wir uns gleich sparen. Oh, du machst dich schon mal vom Akkai-Jungschen. Oh, hinter steht die. Da kann man sich wieder nicht treffen. Kann man hier leider nichts. Was, dann hat er auch hier? ich habe fulles rein holz tatsächlich 1000 stück das war ein paar pfeile bauen unglaublich also versteht der onkel obskure hier keinen spaß leute okay nicht will er hat schon das war zum scheitern verurteilt ein jammer aber jetzt weiß ich dass du zurecht kommst du hast alles gesehen na klar takers die sonne leuchte ihm er hat mich sehr viel gelehrt zuallererst ein habicht verlässt nie seine drossel warte heißt das ich will für deine mitgliedschaft bürgen wie klingt das maschinen jagen trofäen gewinnen assis absetzen bin dabei ich komme in die loge sobald ich kann dann kann man auch raus da muss ich nicht so lang gewählen mein fokus empfängt wieder ein signal was der lang wir machen aber später okay der langheit sendet das signal aus meine tun ziemlich viele schatten karte oder heinz und banditen gesorgt habe ich jetzt gar nicht so wirklich los lust zu wenn ich ihm bedenke wie das mit meiner energie gerade steht Das war's für heute.